Aber ja, mit den Untoten hier sollten wir was machen können. Also, ihr zieht euch noch ein Stück zurück. Also, erstmal Vorrocks loswerden. Yes! So, das waren die Vorrocks. We are under attack! We are under attack! Und ja, ich sollte sie weglaufen lassen. Dann gucken wir mal, ob da was respawnt ist. Dann können wir nämlich mit unseren Org-Jungs hier das Walk-Lage wieder plündern und die anderen da reinschicken. Hmm? Who? Let's go. Ugh! Und tut sie hier noch was? Euer neuer Trupp Zombies. Ja, man muss halt immer fünf Minuten warten, bis man neue Truppen hier kriegt. So, ohne dem Ding zu nahe zu kommen. Wo hängst du jetzt bitte fest an Knochen? Oh, hier ist noch eine Wolfsgrube. Okay. Habt ihr beides jetzt wieder aufgesammelt? Tatsache, er sammelt beides einfach wieder auf. So, jetzt habt ihr beides fallen gelassen. Lasst es liegen, bitte. So, euch zu der Höhle. Warum sind hier noch Zombies? Oh, Mann. Ja, schön. Ach, bitte, komm da unten raus. Wie bist du überhaupt da unten reingekommen? Wisst ihr was hier? Ihr nervt mich sowas. Weg mit euch. We are under attack. Oh, probably. Yes. Yes. So, noch eine Wolfsgrube weniger. Ork-Lager. Ihr seid aber keine Orks, ihr seid Briganten. Oh, hier ist zugebreiten. Okay, da seid ein paar Orcs da dazwischen. Oh! 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 So, das Rocklager ist vernichtet. Okay. Oh! 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 einschalten so, Gold zum einsacken Wissensschriftrolle und sowieso Zeug so Widerstand ist nicht schlecht Schießgeschwindigkeit und Widerstand ist auch okay hier ein bisschen Erfahrungspunkte für euch Steine haben wir leider keine So, wir warten jetzt hier kurz in dem Moment ab bis die anderen Truppen missbawnt sind Und ja, dann wird es ziemlich zeitfressend gut, das ist blöd, dass wir die Sumpfbehausung aus Versehen platt gemacht haben Aber ja, ich will warten, dass bis auf die Zombies noch was anderes spawnt, ich hoffe, dass es dann Orkskelette sind Und ja, dann müssen wir ein bisschen warten und unsere Truppen hier auffüllen weil die Sachen hier also erstens will ich kein Geld für Zombies ausgeben, die ich im Sumpf mir holen kann und Skelette sind nicht so der Bringer Also ja, noch eine halbe Minute ist halt ein bisschen doof, dass das halt so lange dauert, bis die Truppen dort respawn aber wir brauchen halt die Truppen aus diesen Dingern hier Das wird vor allem in der vierten Mission sehr, sehr aufreibend ständig Truppen nachzuproduzieren Okay, sind normale Skelette Die sind verbündet noch immer Also die sind neutral Also ja ich speichere jetzt hier mal Let's play 006 Und dann gucken wir Darf ich bitte Pause machen Was wir beim nächsten Mal machen weil jetzt kriege ich langsam einen Heulkrampf was das angeht ob wir dann den anderen save nochmal neu laden den Quicksave oder hier neu laden das sehen wir dann also bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich